ARD Text im Auftrag von Funk 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 28 ich weiß nicht wo du bist alter ich hatte sie einfach also und sie denke ich kann auch noch mal zwei alter bei jetzt geht es so ab mann weil ich habe wenn ich jetzt hier gefunden werden ich weiß ja nicht genau du bist du bist ein falscher morgen runtergesprungen kann das war weiß es nicht das ist nicht mal 24 stunden her die aufnahme die kannst du nicht wissen dann hast du halt ein wesentlich besseres schwert als ich mal das was denken willst du mir dann die bessere brustplatte geben vielleicht dass sich das ein bisschen ausgleich aber kaum essen wenn das ist richtig schlimm ich habe drei zwei ja wir haben die verbrennung wir laufen wir dann nie vom spawn weg dann kriegen wir schon essen und im notfall ganz ehrlich er sich einfach ein scheiß gold apfel ich habe eine ender perle übrigens noch für den notfall wasser einmal braucht man wasser einmal ich komme jetzt ich bin schon mal kampfbereit für mein inventar ich bin hier oben siehst du mich ich weiß nicht so jetzt ungefähr wieder in die richtung zu kommen hier ist einfach ein glas man ja null null hurry up bitte wir müssen kämpfen fahrer kämpfe ja ja ich glaub schon ich will halt nicht springen ne ne auf keinen fall springen wir haben kommen essen das brauche ich für vergiftung oh man das ist einfach so das brauche ich nicht vitrinrüstung voll auffällig weil der krass auf mich schießt ok warte hier ich bewege mich einfach nicht sonst verbauche ich nur sinnlos essen ich weiß wo ich bin also ich bin hier auf so einer ich sehe dich ah da bist du ja genau ok jetzt schnell raus die sache ist wir müssen jetzt echt das ist jetzt eine riskante stelle wir könnten jetzt natürlich im nether warten also warten bis jemand durchs warte mal kurz ich brauche mir schnell noch eine spitzhacke hast du schon zusammengelegt ja ja komm ich schon die man mit betaut dass man bitte brustplatte tauschen damit ich ein bisschen weil du hast ein bisschen wasser und wenn ich so schutzlos war du hast das op schwert hast du also ich habe in meiner inventar hier nämlich jetzt kampf bereit und hat ja auch nur dorn eigentlich ist dann komplett ist ich habe ich habe noch eine wasserpeine der und schweiz 2 ja ich habe schutz 2 ach so wir hatten zwei schutz 2 ja klar ja gut dass wir noch mal getauscht habe ich ja dort nur schutz 1 du sagst es doch nicht ja das weiß ich dann will ich mir okay noch mal ein schutzgeschenk bekommen wir drauf gesagt was damit wollen wir am portal geier bis jemand durchgeht oder wollen wir oder wollen wir nicht oder wollen wir uns teleportieren ja jetzt sind sie schon die schon aber halt irgendjemand anderes ist jetzt nicht er ist halt sauer also kann aber kann er durchgehen und insten geradeaus sprinten aber dann ist halt ich habe jetzt nur noch eins wir könnten es natürlich hier noch suppen machen ja hier sind ich weiß nicht aber wenn wir jetzt da durchgehen ist das so riskant alter ja das ist echt riskant aber das leben halt so vieles kommt die eine zum sparen die frage ist es ist jetzt so random das ist ja richtig komplett wenn damit komplett viele drauf und wenn wir jetzt auf beiden hundertprozentig irgendjemand kommt abstimmen könnte es schwören wollen wir einfach hier warten durchgehen würde ich jetzt auf gar keinen fall weil ich hier warten darf man ja auch wenn jemand durchgeht ich sage es die ball ist können auf der anderen seite genau das gleiche machen deswegen gehen wir ja nicht durch halt safe stehen die jetzt da ich würde eigentlich schon mal ein goldapfel essen einfach ein goldapfel so wenn man rumsteht verbraucht man dann essen weiß nicht ich mache auf jeden fall gar nichts ich stehe herum ich stehe einfach hier aber es wird halt sowas von lol die breakdance mit dir farber das macht mich an mann mit dem hier wo die schenke wo die alter was will der typ bei mir stehst du gerade nur da hast du ja natürlich stehe ich nur da also ich habe kein essen mehr die sache ist hautnah hat aber diese connection lags das heißt ganz ehrlich da hat er nicht mehr doch der hat minus einen strich der wird eh nicht viel machen können bei dem weg sei es können die minecraft lag das ist halt schon mies pass mal auf das könnte richtig gut sein dass irgendjemand hier ist ja ich stehe ich gucke halt aber ich stehe hier ja ich bewege mich behoff dich zu bewegen farber du hast nur ein essen ich gehe hier hoch nein das ist die sinnloseste folge ever aber das wird so machen ja wenn wir jetzt drauf gehen dann ist es komplett retard irgendjemand wer ist denn das alles hier drauf ja das sind schon ein paar nieder durch irgendjemand also ich denke mal game over von boomstorgi ok ich habe ja ich hätte ich hätte gar nicht erwartet aber ok das heißt die sind auch safe spawnen hier hat man die wir wissen der zeit nicht ganz einfach nur durchs portal als ob jetzt die bad ist immer noch am portal steht ich stehe hundertprozentig da nein sie ist mit mir schon letzte folge auch die ganze am portal eine stand nicht so lang wir haben doch ein gestand halt die ganze in der mitte und wenn wir da rausgehen dann sehen wir uns halt direkt ja wenn ich wenn wir sofort gerade auslaufen und wo dann haben sie halt sofort zu dem vorteil weil sie sehen uns zuerst stehen schon bereit und wir sind dann wir generieren erst noch die welt man ich bin so nicht eingespielt ich werde so scheiße kämpfen noch bin wirklich eingespielt leider ist es halt schon echt krass man man ich hasse das portal wieso gibt es nicht zwei portale oder das ist scheiße dass man das durch muss man aber das ist jetzt voll sinnlos was wir gerade machen wollen wir nicht mal den gold apfel essen und durch rein und durch ich weiß nicht so machen das gold apfel essen und durch gold apfel lasst sofort geradeaus und dann geradeaus gehen da ob er mir leckt so krass ich sehe niemanden wir sind bei der unterschiedliche richtung gelaufen ja eben ich dachte dass wir falsch raus kommen und ich bringe jetzt ich bringe jetzt okay lass einfach die lasst zur brücke gehen ich weiß nicht wo die ist die brücke ist da hinten da hinten hier ne hier ist ne brücke das ist ein trampolin ja unsere bonus herzen müssen sich erstmal aufladen leute das ist ja völlig gecheatet laden die sich jetzt auf bei mir laden die sich nicht auf ja auch nicht was denn das als ob die schon gekickt werden ja ohne bonus herzen ist es für ein arsch aber einmal komplett ausziehen wieder an ja ich glaube in dem bonus herzen packt das das ist denn das für ein dreckiges plug-in alter kriegen die das nicht mal ordentlich hin ist das ordentlich funktioniert ja wenn wir jetzt im kampf kommen mit fünf herzen weniger ich bin ja weiter die treppe die scheißbrücke ich habe jetzt mal schaden bekommen ja ich habe noch 30 sekunden haben die jetzt auch nicht gesehen das ist ja völlig useless alter was ist das egal dass gucken wir irgendwann sehen jetzt nicht rein dass die sind tatsächlich irgendwo dass sie einmal um den spawndrom laufen können wir gleich ein bisschen essen fahren warte lass nicht runter ich würde hier oben bleiben nein aber die kommen eh nicht hundertprozentig ist es gleich immer noch im spawndrom bin meinst du jetzt bin ich voll hast du keine bonus herzen mehr doch wir sind die weg von einer sekunde jetzt sind die bei mir weg aber ich habe immer noch keine volle herzen unten doch ich habe vor allem sondern zum spawnd gucken warte mal es sind so viele bernie und taubner werden immer noch bei mir ich bekomme keine vollen herzen denn ach so die sind neu gejohnt doch echt nicht ich habe mal deine rüstung ab und an habe ich schon ich habe volle herzen jetzt habe ich keine mehr an ich kann herzen wollte dafür zu gewastet ja ohne volle herzen natürlich nicht in die mitte ja was ist das ohne wird kriegen das ist eh so baggy dass wenn du schneller gehst dass ich das immer erst mal aufbauen was haben wir ja den scheiß plug-in gedacht man ist echt kein hate oder jetzt habe ich wollen wollen wir die mitte ja wenn wir wenn ihr und taubner sehen instant die apfel ja und und gold apfel mein spaß aber auch mal legt also ich denke wir haben gute chancen zu können im haupt mal legt ob mal legt durch bitter für ihn da die ich glaube nicht dass die den ecken kennen dann stehen die einfach provokant in der mitte hier steht die land ist halt echt gar keine wenn wir wenn wir sterben kein respawn ne 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 kein respawn gar keine frage das gefackel man das ist also das mal der flacke das ist so nervig flacke flacke ja ich weiß nicht also ich sehe hier ist gerade niemanden ne hier ist halt echt keiner wir werden halt auch gleich gekickt man das war wieder so eine gewählte folge aber mehr von stimmen können was machen wenn die und taugner wollen die also rennen die gerade um die fahrten oder so dann auch ja vielleicht waren die die wunde wird sich mal vielleicht wollen die kämpfen die gar nicht weil ich sie so jetzt nicht einschätzen aber man weiß ja nicht was ja die werden jetzt auch in 15 sekunden ja gg wo haben die jetzt gekämpft ja das kommt das suchen wo sind die das einmal auf dem sport rumlaufen die luten das jetzt wie ewig glaubt ihr das gegen umgekämpft haben ja wo sonst hätte ja hier mit dem hundertprozess weg gesehen sollen wir hier runter der wasser ja ja die haben hier irgendwo in dem kreis und im spawn gekämpft das rechts anlaufen oder das feuer ja das war letztens schon ich habe nicht mal voll der sättigung ich habe nichts mehr zu essen hä wie lächelig ist denn das das ist jetzt so werden die gleich gekickt ja gg ja das ist halt jetzt hast du noch ein essen ich habe nur noch eins ja ja das ist natürlich jetzt mühse brüse aber musst du das kannst du was willst du machen sondern ja da links werden hunig hol mir das aber wir haben gar kein essen ja ich habe gib mir mal dann ein essen bitte weil ich habe mir fehlt schon eine hungerkeule und ich habe nix in dem mann wir können halt auch keine zweite aufnehmen ja wir können theoretisch jetzt insta nochmal join aber wir dürfen nicht ja theoretisch können wir aber wir dürfen ja nicht ja wo komm jeder ja wo komm jeder ja wieso nein ja dann geht voll go go wir müssen sie jetzt noch finden ja klar müssen wir sie finden das ist völlig abfakt aber wir werden sie safe nicht finden wer weiß wo die jetzt sind man ja wurden die koordinaten von denen eigentlich gepostet weil die irgendwas gemacht haben man weiß weiß man Dings ja aber die sind ja schon eh nicht mehr drauf ist wenig gespawnt wir hätten einfach zum spawn laufen müssen wenn er gespawnt ist hätten wir einfach hinterher werden müssen er ist ja dann zu seinem med gerund da ist er nee das ist nicht ach aber ich habe hier ein bisschen essen oh man hä ist es denn aber ich glaube die droppen nix ist noch gut er lasst weiter im kreis laufen ziemlich die verschwendetste folge okay das war es halt echt wenn wir den vollen geschafft in gold auf den verbrauchen hieligen level aber ja oh man ja aber äh was ist das denn ich würde die am liebsten gar nicht hochladen okay leute lasst ein Däumchen nach oben da wenn ich die folge gefallen habe wir haben es echt verzweifelt versucht keine ahnung schaut bei fabo mir vorbei je nachdem ja und wir sehen uns morgen haut rein tschüssi 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 tschüssi